Okay, wo ist er? Und er bist? Arschnagel, wo? Das ist doch mein Sketch. Okay, wo ist er? Ist er in dem Bett? Nein. Lüge mich nicht an. Ist er auf dem Balkon? Nein. Seid ich wohl im Schrank? Nein. Lüge mich nicht an. Na gut, ja. Ha! Da ist er ja! Wiedersehen.